servus grüßt euch bei uns da wieder mal im ls 22 auf der karte waldstein ja heute haben wir wieder mal autotrive kurse nicht bearbeiten aber wir kommen uns drum oder auch bearbeiten wie man sieht ist da jetzt eine pellets fabrik so und die heißen aber spinnerei die punkte die damals damit umbenennen dass die wieder passen so was ist das was ist das ein letzt äh nicht wo haben wir mehr denn ich glaube ich was ist jetzt was ist der blaue kurs wird dann für die andere was 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 Wo hat man denn die jetzt hier oben gezogen? Da muss ich den Punkt dann noch versichten. Und den anderen, den können wir löschen. Und das mache ich jetzt ohne. Das war falsch. Das mache ich jetzt ohne anhängen. Nicht, dass es mir noch Müll verkauft. Jetzt tun wir die einmal löschen. Die brauchen wir nicht mehr. Das war natürlich toll. Geh weit über den anderen liegen. Das war gut jetzt. So. Da können wir von hier ein und da her. Das müssen jetzt schon passen. Aber jetzt müssen wir da, den Zielpunkt. Wenn wir einen Anhänger dran haben. Da ungefähr. Dann haben wir Produkte, die kriegen wir da. So. Das müssen passen. Sollten wir da einen extraen Kurs machen? Nein. Da können wir schon hin kommen. Ja. Da machen wir schon den extraen Kurs. Das lassen wir einfach so weg aus. Umfahren. Sauber. Die neun. Warum macht er da jetzt keinen Kurs? Warum macht er da jetzt keinen Kurs? Lätspäppery Nun fordere ich beide Richtungen weg. Es passt. Und wir müssen ja mit dem zu Drexlerei Gläuber, so wo sind wir denn jetzt? Jetzt links und dann wieder links. Das haben wir ja schon da. Ah ja. Das ist ja eine riesige Bude da. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt schauen, wie wir da rein fahren. Und da fahren wir auf alle Fälle aus. So, jetzt haben wir da zum Anladen. Ah, ob wir da rundherum kommen. Ich glaube, es ist gescheiter. Wir fahren von Haus aus anders. Da gehen wir. Da ist sie gekauft. Die haben wir gekauft. Haben wir gekauft. Und da kommen Produkte aus. Da kriege ich Tagschnitzel. Ja, müssen wir jetzt rugsitzen. Kollege. Dann machen wir die Aufnahme weg. Dann machen wir die Aufnahme weg. Dann machen wir die Aufnahme weg. Dann haben wir das. Dann haben wir das. Wechsel her. 3 Pakschnitzel gut ausfallen haben wir gesagt nein das wird knapp durch dann haben wir da Drechselierei Rohstoffe 2 2 4 7 8 8 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 15 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 16 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15 Das ist gut. Und dann fangen wir dort zu rein. Produkte her, die können wir eh gut auslagern. Rixle, Rixle, Rai. Rixle, 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 Rixle. Da können wir dann auch in beide Richtungen raus. Schauen wir mal ob man rumfährt. Und dann wird es um die Rixle. Und dann wird es um die Rixle. Und dann wird es um die Rixle. Da fahrt nicht, um euch zu holen. Das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Gut, da fahrt er nicht rum, dann können wir das löschen. Hilf nicht, wenn wir ein Neuergröße sein. Gut, da fahrt er nicht rum. 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 Können wir die E verbinden da her? Da müssen wir schauen ob er da... Ausdrucken... Das war's für heute. Oder in die Richtung. Dann haben wir die Trickslerei eingefahren. Weil ich eine andere Folge gewinne. Das hilft nicht. Die Sachen gehören auch ab und zu da. Naja. Vielleicht habt ihr auch wegen Autodrive gelernt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like da, lasst einen Kommentar da. Fürs Autodrive gibt es bestimmt bessere Videos, aber mei. Wie gesagt, das gehört auch da. Also, in diesem Sinne, viel Dank, bleibt's geil.